Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Summoning. Ich war fleißig, denn ich wusste erst mal nicht, was wir jetzt tun sollen. Und bin so ein bisschen dagegen drum gestiefelt und habe hier unten einen Schädel entdeckt, der behauptet, dass all diese Platten beschwert werden müssen, um den Teleporter im Teleportraum zu aktivieren, genau, das sagt er. So, und dann bin ich auf die Suche gegangen, wie kann man das Ganze beschweren? Ich wollte zuerst dann die Aufnahme starten, das mit euch zusammen machen, aber dann habe ich nichts gefunden, was ich da jetzt großartig hätte drauflegen können. Okay, einen greifen, ja, aber sonst gab es hier nichts und dieser eine Verbindungsgang zum Rest der Welt, den habe ich auch nicht aufbekommen. Und deswegen war ich nochmal in der Nähe vom Roten Ritter nochmal komplett außenrum und habe da alle Steine mitgenommen und die nochmal hier runtergeschleift. So, Ende vom Lied ist, dass wirklich dieser eine Teleporter jetzt aktiviert ist, das habe ich hier noch auf der Karte gesehen. Wichtig dabei ist, dass man den Greifen genau dahin legt, wo er liegt, denn diese Platte braucht immenses Gewicht und ich habe diese ganzen restlichen Steine, die wir hier noch haben, alle hier drauf gehabt und es hat nicht gereicht. Also der Greif da ist essentiell wichtig und unser Zeug ist nicht verloren. Ich habe das beim Teleportraum liegen lassen, weil ich die ganzen Steine da mitnehmen wollte. So, und ich habe noch was entdeckt und zwar hatten wir ja so einen Teleporter mitten im Weg gehabt. Da war ich mal versuchsweise reingelaufen. Da war es, genau. So, und wenn man da versuchsweise reinläuft, steht man zuerst mal dumm vor der Tür. Wenn man dann nochmal ein bisschen in der Gegend rumläuft und dann überlegt, war ich schon mal in dem Teleporter drin und läuft wieder rein, geschehen wundervolle Dinge. Wir sind hier bei einem älteren Herrn und mit dem werden wir jetzt erstmal reden. Sei gegrüßt, wenn ich mich vorstellen darf. Ich bin Ogotai, Meister des Dschins und der Macht, die er besitzt. Wenn du möchtest, kannst du der Meister dieser mysteriösen Kreatur aus einer anderen Welt sein. Denke darüber nach. Seine Macht in deinen Händen. Alles für ein paar Goldstücke. Juhu, wir können Goldstücke ausgeben. Hoffentlich nicht mehr, als wir haben. Ich denke nicht. Ein Djinn? Du sprichst von einer Kreatur, die es nur in Tausend und einer Nacht gibt. Ich sehe, du bist ein Ungläubiger. Wenn du nur wüsstest, was für eine Gelegenheit dies ist. Stell dir vor, du kannst dir viel mehr Gold wünschen, als ich für die Flaschen haben möchte. Darf ich fragen, wie viel Goldmünzen möchtest du für diese Djinnflasche haben? Zehn. Wie ich sagte, ein geringer Preis. Oh, haben wir zehn? Heizabschneider, zehn? Zehn Goldmünzen für eine Flasche, die wahrscheinlich nichts als stinkende Luft enthält? Du hast die Wahl. Ich bitte dich, diese Gelegenheit nicht zu verschenken. Also, möchtest du zehn Goldstücke gegen die Djinnflasche tauschen? Ja, haben wir zehn? Du bist der Heizabschneider. Ich sagte, zehn Goldstücke und nicht weniger. Komm zurück, wenn du die zehn Goldstücke hast. Dann gehört die Flasche dir. Oh, nee. Mist. Ach so. Nee, Moment mal. Gar nicht so schlimm. Ich habe ja die Hälfte unseres Vermögens ja, also wahrscheinlich unser ganzes Vermögen im Teleporter-Raum liegen lassen. Ich dumm. Wir kommen wieder. Keine Panik. Ja, wir kommen wieder. Ich habe ja die ganzen Säcke alles ja ausgepackt. Also, wir haben ja hier gerade eigentlich null Goldmünzen, wenn man es genau nimmt. Jetzt bin ich leicht erleichtert und hier irgendwo war doch der Teleporter zurück. Hallo Kugel, du warst der Teleporter zurück, oder? Jetzt wurde es mir kurz ein bisschen bangen ums Herz. Aber okay. So, hier liegt unser ganzer Kram. Wir legen zuerst mal die Steine alle weg. Dann packen wir unseren Kram ein. Und dann schauen wir, ob wir noch Steine mitnehmen können oder nicht. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das geht. So, einmal, zweimal, so, mehr Kram. Wir müssen diese Kisten noch durch Säcke austauschen können. Das wird auch nochmal ein klein bisschen was ausmachen. So, und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Wie viele Münzen haben wir? So, da sehe ich vier. Fünf. Viele. Alles klar, wir haben zehn. Fünf. Viele. So, das war der... Das da ist jetzt der neue Teleporter, den wir aktiviert haben. Aber wir gehen nochmal durch den alten zurück und reden nochmal mit dem Djinn-Typ. Ich glaube, der war hier. Bin ich jetzt ziemlich erleichtert, dass wir dann doch noch Vermögen haben. So, ähm, ich denke, nee, wir wollen das. Flaschen, ja, zehn. Halsabschneider, ja, du hast die Wahl, wir möchten tauschen. Eine weise Entscheidung. Bevor ich gehe, verrate ich dir noch ein Geheimnis. Wenn du schlau bist, kannst du Ruken dazu bringen, dir zwei Wünsche zu erfüllen. Und wie? Ah, wir haben jetzt eine Gin-Flasche. Nutzen wir die mal? Endlich, ich bin frei von diesem Scharlatan, der sich selbst Ogo-Tai nennt. Ruken ist frei. Danke, Sinalo. Wenn du nur wüsstest, was es bedeutet, Ogo-Tais Gefangener zu sein. Hahaha, ich bin frei. Ich habe ihm das Leben so schwer wie möglich gemacht, aber niemals hätte ich gedacht, er würde aufgeben und mich verkaufen. Er hat mich freigegeben. Dich freigelassen? Ogo-Tai sagte nichts davon. Was meinst du mit freigelassen? Ich sage dir, Ogo-Tai war ein Fuchs. Er wusste, dass ich durch den Verkauf der Flasche freikommen würde. Ich frage mich, ob er ihm so glücklich ist, von mir befreit zu sein, wie ich es jetzt bin. Keine Angst, Sinalo, ich bin nicht wie Ogo-Tai. Ich bin äußerst dankbar für deine Tat. Ogo-Tai versuchte schon so oft, mich zu verkaufen, aber niemand hat bis jetzt geglaubt, dass da wirklich ein Chin in der Flasche wäre. Für diese deine große Tat sollst du belohnt werden. Ich bleibe bei dir und gewähre dir einen Wunsch. Dann aber werde ich dich verlassen. Und wie soll das jetzt mit den zwei Wünschen gehen? Einen Wunsch. Wenn das so ist, wünsche ich mir... Geduld, mein Freund. Im Gegensatz zu den legendären alten Djinns kann ich dir nicht jeden Wunsch erfüllen. Auch ich muss bestimmten Gesetzen gehorchen. Diese sind die Wünsche, die ich erfüllen kann. Wähle weise, denn nur einer von diesen soll dir erfüllt werden. Ein Idol der Wiedererweckung? Benutze es und du erhältst zusätzlich Lebenskraft. Das nächste Mal, wenn du im Kampf tödlich getroffen wirst, wird dich dieses Idol retten. Ja, sowas hatten wir schon mal benutzt. Sogar schon zweimal. Einen magischen Sack. Egal wie voll der ist, der magische Sack wird immer federleicht sein. Da bin ich sehr in Versuchung. Ein Mantel der Unsichtbarkeit. Damit wird dich niemand sehen können. Ja gut, wir haben einen Spruch der Unsichtbarkeit. So reizt mich das nicht wirklich. Eine magische Waffe. Rancor. Das Schwert der Macht. Es ist eine gefährliche Waffe und es hat die Kraft, Giftgaskugeln auf deine Gegner zu schleudern. Begeistert mich auch nicht wirklich, weil wir ja jetzt ja mit dem Warmonger-Schwert spielen sollen. Ein Kettenhemd der Elfen, geschmiert aus Mithril. Leicht, aber genauso wirksam wie schwere Rüstungen. Ja, die Elfenrüstungen haben wir schon mehrere gefunden. Wir tragen auch, glaube ich, gerade eine. Und schließlich Wissen. Ich weiß viele Dinge, Sinaloa. Ich habe Informationen, die dir helfen können. Du belötigst sie nicht unbedingt. Es ist deine Entscheidung. So, was wählst du? Idol, Mantel, Waffe, Sack, Rüstung oder die Informationen? Du musst nicht sofort wählen. Nachdem ich dir den Wunsch erfüllt habe, werde ich dich verlassen. Aber wie soll man ihn jetzt dazu bringen können, dass er ihm zwei Wünsche erfüllt? Ja, gut, man kann ihn halt nach den Informationen fragen. Aber wie gesagt, der Sack wird wohl auf längere Sicht das sein, wovon wir am meisten haben werden, weil wir immer überladen sind. Ja, wenn wir die Informationen nicht wirklich brauchen, wir nehmen den Sack. Sack. Ich wünsche mir den magischen Sack. Er wird sicher sehr nützlich sein. So sei es. Ich hoffe, deine Wahl war weise. Nun verlasse ich dich, Freund. Nochmals danke für meine Befreiung. Hätte man sich wirklich zwei Dinge wünschen können? Ich weiß es nicht. Egal. Ach, und eine leere... Aus der Ginflasche wurde eine leere Fiole. Alles klar. So, wir haben jetzt einen komischen Sack, der wohl... Wo der Bogen nicht reinpasst. Wo wir jetzt schwere Dinge reintun können. Der Magierstab passt nicht. Aber wir haben da noch dieses komische Schwert da. Die Schuhe könnten schwer sein. Mach mal noch den Spiegel da rein. Genau, das Schwert, das hätte ich auf jeden Fall gerne in dem Sack. Mach mal den Schädelkollegen auch noch da rein. Können wir die Schilde da rein machen? Ja, können wir auch. Sehr schön. Wir haben jetzt Gewichtskapazität ohne Ende. Mach mal noch die Armschützer rein. Und dadurch, dass wir jetzt 10 Gold ausgegeben haben, haben wir auch noch Gewicht verloren. Also wenn ihr wisst, wie das mit dem zweiten Wunsch da gehen würde, gerne in die Kommentare packen. Weil ich habe es jetzt nicht gerafft, was man da tun soll. So, jetzt haben wir 67,5 Kilo von 105. Ja, das ist super. So, jetzt gehen wir dann nochmal zurück zum Teleporterraum. Und durch den neuen Teleporter. Dann schauen wir mal, wo wir dann landen. Wir haben doch immer so viele geschlossene Türen. Wir werden sehen. Ich bin versucht, die Steine mitzuholen. Den Sack haben wir jetzt voll gemacht. Ich bin sehr versucht, die Steine mitzuholen. Die Flasche können wir mal noch da reinpacken. So, wir sind immer noch nicht überladen. Wir haben ganz viele Steine dabei. So, das müsste der neue Teleporter sein. Dann steigen wir da mal rein. Das war nicht der neue Teleporter. Stepp. Oder? Ja, nee, das war nicht der neue. Halt. Die Karte lassen wir bitte nicht hier. Ja, sorry. Ich bin in den falschen Kellerhof. Ich bin jetzt kurz überfragt, welcher jetzt der neue war. Werden wir rausfinden. Ich bin da recht zuversichtlich. So, es dürfte keiner von den Flackernden sein. So, das waren unsere ersten beiden. Das ist einer von den Flackernden. Der flackert nicht. Der flackert. Es muss eigentlich der sein. Bin ich da nicht gerade reingetappt? Wir speichern mal ab. Ich bin jetzt gerade ein bisschen durch den Wind, aber das kriegen wir hin. Das müsste eigentlich der sein. Das kann keiner von den Flackernden sein. Da war ich doch gerade auch durch, oder? Kann nicht sein, dass der uns wieder in denselben Ort bringt. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann nicht sein. Da bin ich dagegen. War der der neue? Nee, hier waren wir auch schon. Da hatte ich den Greif ungünstig in der Ecke platziert. Hä? Ich bin gerade ein bisschen wirr im Kopf. Es macht aber nichts. Es ist nicht ernst zu nehmen, oder so. Alles wird gut. Wir laden nochmal. Hm? War's der? Nee, hier waren wir auch schon. Ich schicke euch mal in drei Sekunden, Päuschen. Ich habe gerade keine Ahnung, warum wir zweimal am selben Ort landen. Ich melde mich in drei Sekunden wieder. Drückt mir die Daumen. So, da bin ich wieder. Ich weiß nicht, warum ich jetzt die ganzen Platten da niedergedruckt hatte. Das kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Aber was ich schon mal ausprobiert habe, ist, wenn man die Raido-Rune verwendet, dann kommt man in einen anderen Raum. Wir schauen uns hier mal um und dann, keine Ahnung, ob uns das jetzt wirklich weiterhelfen wird. Aber wir haben zumindest mal was anderes gefunden. Oh, und ein Schlüssel. Das sollte wichtig sein. Pack mal den Stein da rein. Und ein Zepter der Zeitmacht. Das ist wahrscheinlich ein Zauberstab, der dieses erstarren kann. Nehmen wir mal mit. In diesem Gebiet verstehe ich immer weniger. Das ist irgendwie nicht gut. Aber wir schaffen das. So, zwei Zauber verschwinden. Ah, verschwinden ist ein Gegner. Irgendwie ein Stückchen weg zu teleportieren. Das nehmen wir auch gerne mit. Ja, gut, in den vier Richtungen. Feuerball, den haben wir schon. Gut, dann haben wir ein bisschen was Neues gesehen. Vor allen Dingen auch einen Schlüssel. Wobei ich noch nicht weiß, wo wir den Schlüssel hinmachen sollen. Aber das wird das Spiel uns vielleicht noch zeigen. Und wo kommen wir jetzt hin? Oh, jetzt wären wir gegrillt worden, wenn da nicht schon unser lieber Herr Ritter liegen würde. Das hat jetzt auch nicht so richtig geholfen. Können wir vielleicht den Schild noch mitnehmen? Ja, können wir. Sehr schön. Wir haben jetzt drei Schilde dabei. So, das hilft aber auch nicht so richtig. Also der Schlüssel ist wahrscheinlich wichtig. Aber was sollen wir damit? Also was sehr auffällig ist, ist, dass wir da im Norden, also eher halt den östlichen Spitze der Karte, also wenn man oben bei der Karte als Norden sieht, die östliche Spitze, da sind drei Türen, die irgendwie scheinbar denselben Raum führen, durch die wir noch nicht durchkamen. Das ist auch seltsam. Wir sind verzweifelt genug, um weitere Runen zu versuchen. Einfach mal ein bisschen dagegen drum teleportieren. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas nicht verstanden habe oder ob das sein muss. Das ist eine Teleport-Rune. Kein Ziel in der Nähe. Okay, das haben wir dann auch mal getestet. Eine Rune funktioniert nicht, wenn man nirgendwo hinkommen könnte. So, dann haben wir noch die X-Rune. Da haben wir, glaube ich, ja, da haben wir noch eine. Aber das kann eigentlich auch nicht sein, weil wir da hier noch keine gefunden hatten. Okay, ich habe nichts gesagt. Das macht mich aber jetzt gerade nicht sehr glücklich. Okay. Wo sind wir? Ja, jetzt sind wir genau da, wo die ganzen Türen zu waren. Wäre man da doch durchgekommen? Das schauen wir jetzt zuerst. Und dann schauen wir, was die ganzen Schädel von uns wollen. Da ist zumindest mal ein Hebel. Aber ich glaube, von der anderen Seite. Ja, die macht alle Türen auf. Das ist seltsam. Das ist sehr seltsam. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir so eine X-Rune hier gefunden hätten. Das macht mich nicht glücklich. Spende eine Goldscheibe an einen blauen Band oder erwarte die festgelegte Zeit. Ach so. Okay, dann sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir die Medaillen der Ritter abgeben müssen, um die Tür zu öffnen. Weil wir wissen ja, die Tür geht alle sechs Monate auf. Oder wenn man diese Medaillons der Ritter alle hat. Wieso sind da immer zwei Stück? Spende eine Goldscheibe an einem grünen Band oder erwarte die festgelegte Zeit. Wieso sind da immer zwei? Ja gut, wir waren ja noch nicht bei dem anderen da. Ebenholz oder so. Vielleicht sollen wir da zuerst mal noch hin. Müssen wir ja auch. Wir brauchen ja noch seinen Kopf. Ach so, und uns fehlt ja auch noch das Grüne. Weil wir von dem grünen Ritter ja erst dann das grüne Medaillon bekommen, wenn wir ihm den ebenhölzernen Kopf gegeben haben. Okay, dann gehen wir hier um die Ecke mal wieder ins nächste Gebiet. Und da konnten wir, glaube ich, dann zum Ebenholz auch wechseln. Da hatte ich ja noch so ein bisschen Bedenken und frage mich nicht, für was der Sonnenschlüssel noch ist. Ich weiß es nicht. Ich habe so das Gefühl, dass wir in dieser Ebene keine ganz so gute Figur abgegeben haben, Hust. Das war alles ein bisschen verwirrend. Ich wüsste nicht, wo noch ein Schlüsselloch ist. Ehrlich nicht. So, jetzt sind wir wieder im grünen Gebiet. Und da war doch, genau unten im Süden, war auch der Zugang zum Ebenholz. Ich erinnere mich. Gut, dann Karte zumachen. Noch ganz viele Steine. Aber wir nehmen keine Steine mehr mit. Wir können so ein Blitzschadenreduzierungs-Dings mal mitnehmen. Nein, wir nehmen nicht noch eins mit. Kurz wieder auf die Karte schauen. Ah ja, genau. Dann jetzt nochmal direkt ums Eck. Und dann sind wir fast da. Sehr, 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 sehr schön. Nö. Hi Kugel. Tschüss Kugel. So, genau. Hier müsste der Übergang zum weißen Gebiet sein. Und dann da hinten war Ebenholz. So, dann legen wir noch die Karte aus der Hand, dann kämpft sie es besser. Dann schauen wir uns mal an. Also das war ja der schwerste sein. So, da hatten wir keine allzu großen Probleme. Da bin ich sehr stolz auf uns. Wer bist denn du? Das ist es. Ich glaube, dass ich vor Tigern endlich verstehe. Wie einfach. Ich habe noch nie über doppelte Teleportationsziele nachgedacht. Kein Wunder, dass niemand dieses Gebiet kartografiert hat. Doppelte Teleportationsziele. Von welcher Karte sprichst du? Huch. Welche Karte? Wovon spreche ich wo sonst? Ich habe eine Karte des Gebiets am Ende dieses Ganges angefertigt. Keine andere Karte ist jemals fertig geworden. Das Gebiet ist voll von Teleportern und allen möglichen anderen Spielereien. Ich glaube nicht, dass Schattenweber irgendjemand dort hinlassen wollte. Das ist der einzige Grund, dass ich dort nicht selbst weiterforsche. Ich bin ein alter Mann. Ich sah, was dort ist. Kreaturen von unvorstellbarer Grausamkeit. Wahrscheinlich auch alle möglichen tödlichen Fallen. Ich frage mich, ob ich dort hingehen sollte. Ohne diese Karte nicht. Wenn du es dennoch versuchst, viel Glück. Es hat mich Jahre gekostet, diese Karte zu zeichnen. Geh, wenn du willst. Die meisten kehren niemals zurück. Hm. Je mehr ich darüber nachdenke, desto unsicherer werde ich, dass meine Karte korrekt ist. Dort war eine Stelle, an der ich... Nein, es muss richtig sein. Ich mache dir einen Vorschlag. Hier, du kannst dieses Exemplar der Karte haben. Ich habe noch Kopien. Wenn du gehst und zurückkehrst, weiß ich, dass die Karte stimmt. Und wir haben eine Karte. Jetzt haben wir eine Karte. Ja, diese Karte... Ja, ich habe es vermutet. Also, ich habe ja die CD-Version des Spiels von PC Games. Da ist kein Papierhandbuch dabei, sondern nur zwei Textdateien. Eine mit der Vorgeschichte und eine mit dem Handbuch. Ja, und am Ende des Handbuchs steht irgendwas von einem Teleporter-Labyrinth. Und da ist auch Bezug genommen auf eine Karte und die Legende. Aber in der Textdatei gibt es keine Karte. Ich schaue mal, dass ich irgendwo eine PDF-Version der Karte finde. Man muss sich das Leben ja nicht schwerer machen. Also, wenn es im Handbuch ja eine Karte gibt, dann schaue ich mal, dass wir die verwenden können. Und wir müssen sowieso dringend in die Pause. Bis gleich.